Willkommen bei einer neuen Runde Play Raw, Bless Online. Die Bless-Programmierer waren auch richtig tätig. Jedes Mal, wenn ich einlogge, ist irgendein Patch unterwegs. Ja, ich bin hier in einer neuen Burg. Hier die Folgequests. Und meine Hauptquests. Oh, was wollen die hier? Hier in das Haus. Vielleicht in die Instanz. Was ist das? Ah, weg bin ich. Was geht ab? Jetzt bin ich da. Ui! Da haben wir voll zu tun. Guck mal, welche Skills ich noch lasse oder welche ich tausche. Das war nicht so heftig. Ich nehme hier lieber das einfrieren. Guck mal, da kann man schon schneller weg. Guck mal, das ist auch schon der erste Key. Nee. Hm, da. Ja, klar komm hier. Ich ziehe jetzt mal hier. Oh, die sind hart. Oh, die sind hart. Sante ne misse kashische. Alles klar, was heißt das? Kein Target. Beleihlich. Alles in Kameras ist hier. Alles in Kameras ist hier. Alles in Kameras ist hier. Das war hart. Krass. Kein Tag. Kein Tag. Hmmm. Hmmmm Was? Trap Das wird fies Ich habe den Trap nicht gesehen Mensch, jetzt muss ich da mal gucken, ich habe überhaupt nichts gesehen, später ein Replay gucken. Ich muss den ganzen Weg laufen. Kann ich nicht. Das ist ja komisch. Das ist ja ein Harder Tabasco. Da sind die Traps. Da sind die Teile oder was? Ja, jetzt muss ich verstehen. Ja, ich kann nur gucken. Das ist für mich. Oh mein Gott. Ja, das Treads ist cool. Ich muss hier nur ein Lagerfeuer mitmachen. Das ist eine Hattie. Ich muss hier schon mal an den Kesseln. Das musste ich hier aufgeben. Super. Das wäre hier so, ne? Krise Belohn. Äh, ja. Nicht in diese Zacken rein. Jetzt liegt er hier wieder. Ewig. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Soll ich da hier wieder reinlaufen? Das kann ich schon mal abgeben, oder was? Und wieder Ladorn. So. Jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf diese Fallen machen. Sonst werde ich das ja nie werden. Hier. Ich mach hier einfach mal rum. Ja. 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 Was ist das so? Was ist das so? Was ist das? Aber es ist so, dass wir uns nicht mehr im Umfeld sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie soll ich den da killen, wie soll ich den da killen? Das ist doch bestimmt ein Gruppen-Quest. Mensch ey. Fack mich jetzt richtig ab. Das scheint doch nicht mehr zu. Was passiert immer? Das ist doch kein Problem. Spann ich. Ich trinke noch. Oh, schneller laufen. Ein anderes Geld macht nicht so viel damage. Das ist tot. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war so ein Elite-Typ. Die anderen waren ja hart genug. Konfirm. Gehen wir zum Hauptquiz. Schreibt mir wieder den Kiefer. Ah, ich f*** den hier wieder. Gehen wir zur Hauptquiz. Krass. Weißt du was? Ein anderer Player hier. Was macht die Schiffen hier? Weißt du nicht. Ich sei hergekommen hier. Ist die nicht da. Ist hier oben. Lies den Buch oder was? Gehen wir ab hier, ey. Der ganze Weg umsonst. Kann ich aber nichts was klauen. Nein. Da gibt's da oben hier. Muss ich respawnen. Aus. So Leute. Genug Frust. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Einfach subscriben. Abonnieren. Daumen hoch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. And I will not. Der geht weg. Abonnieren. Auch die Schiffen.